Hey, wie hab ich das vermisst, hier mit dir gemeinsam abzugehen. Mann, ich sag dir, wie es ist. Wir haben hier ein Riesending zu drehen. Und wir lassen die Hütte wählen, so als gäb's kein Morgen mehr. Endlich ist mal wieder Porn die Zeit, wir wollen alles und noch mehr. Hey, wir tun es noch mal und würden's immer wieder, wieder tun. Hey, das ist doch genial und wir bekommen niemals, nie genug. Oh, 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 hey, wir tun es noch mal und Träume werden wieder, wieder wahr. Hey, das ist doch genial, das Leben hat uns wieder, wie's mal war. Woah, oh, 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 oh. Das ist viel zu lange her, lass uns mal wieder um die Häuser ziehen So als gäb's kein Morgen mehr, mach die Nachtsonntag so wie noch nie Und wir feiern unser Leben, hey das ist doch nicht so schwer Endlich ist mal wieder Partyzeit, dieser Tag ist legendär Hey, wir tun es noch mal und würden's immer wieder, wieder tun Hey, das ist doch genial und wir bekommen niemals, nie genug Oh, 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 hey, wir tun es noch mal und Träume werden wieder, wieder wahr Hey, das ist doch genial, das Leben hat uns wieder wie's mal war Oh, 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 oh Hey, wir tun es noch mal und würden's immer wieder, wieder tun Hey, das ist doch genial Und wir bekommen niemals, nie genug Hey, wir tun es nochmal Und Träume werden wieder, wieder wahr Hey, das ist doch genial Das Leben hat uns wieder diesmal wahr Whoa, 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 whoa Wow! Thomas Anders Thomas! Mein lieber Freund Florian Seele Eisen! Das ist die Stimmung hier! Es ist so schön, Thomas! Wow! Wir tun es nochmal! Es macht Spaß mit dir, danke dir! Was wir alles tun! Aber wirklich! Und Thomas, jetzt dürfen wir gemeinsam einen internationalen Schlager der Superlative ankündigen. Dieser Schlager ist der erfolgreichste deutschsprachige Song in den US-Billboard-Charts aller Zeiten. Es ist der einzige deutschsprachige Song, der es sowohl in Amerika als auch in England auf Platz 1 der Chart schaffte. Das hat doch nicht mal Modern Talking geschafft! Nein! Aber dieser österreichische Welthit! Dieser Hit, den hören wir heute in einer ganz neuen Version von der Sängerin, die vor genau 15 Jahren zum ersten Mal Platz 1 in den Charts in Deutschland und Österreich eroberte. Das war's für heute! Das war's für heute! Das war's für heute!